Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog-Thema, das relativ untypisch ist, denn es wird sich nicht groß um Bücher drehen in diesem Video, sondern wie ihr schon an der Überschrift lesen könnt, um diese angebliche Grüppchenbildung auf Booktube oder YouTube, egal wie man es nennen möchte. Anlass zu diesen Gedanken, die ich mir da die letzten Tage so gemacht habe, war ein Hangout bei Nico Abrell und Niki Paula und da wurde irgendwie in den Fragen darüber, also in den Chat darüber gesprochen, was ihnen denn an Booktube nicht so gefällt und da wurde über die merkwürdige Grüppchenbildung auf Booktube gesprochen und irgendwie dachte ich mir und als dann noch so ein zwei Dinge gefallen sind und ich das so tatsächlich irgendwie auch jetzt vielleicht nicht direkt in meine Richtung verstanden habe, mich aber dennoch angesprochen habe, dachte ich mir gibt es tatsächlich Grüppchenbildung auf Booktube und das ist schon so die erste Frage, die ich in den Raum stelle und zu der ich auch was sagen möchte und es ist klar, es gibt Grüppchen auf Booktube. Wie es überall im Leben Grüppchen gibt, es gibt die zwei, drei Kollegen, die man mehr mag, mit denen man in die Pause gibt, es gibt im Verein die zwei oder drei Leute, mit denen man ein bisschen dicker ist, mit denen man eben bei jeder Weihnachtsfeier am gleichen Tisch sitzt und so ist es natürlich auch bei Booktube. Es gibt Menschen, die sich eben sympathisch sind und die eben einfach öfter beieinander kommentieren, die sich auch auf Facebook schreiben, per E-Mail schreiben, vielleicht sogar Nummern tauschen und auf WhatsApp schreiben und sich daraus dann eben zweier Grüppchen gegebenenfalls bilden oder eben sogar größere Grüppchen. Dann so eine Frage, wo ich mir auch so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, ob ich denn in Gruppen bin und ja, auch ich bin in Gruppen. Es gibt einmal eine bayerische Booktuber-Gruppe auf Facebook und in der bin ich und ich freue mich da auch immer auf den Austausch mit den regionalen Menschen, wo man eben weiß, sie wohnen nicht so weit weg und es ist auch immer wunderbar, wenn man die Menschen dann einfach live trifft, die man eben sonst auch nur als Zuschauer hinter der Kamera sieht oder in dem Fall dann vor dem Fernsehen. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Lese-Clubs, Bücher, Facebook-Seiten, wo man auch mit dabei ist. Und der Lese-Club, der zum Beispiel von Alicia, Phil und mir gegründet wurde, ist ja im Grunde auch ein Grüppchen, denn wir drei haben es uns ein bisschen zur Aufgabe gemacht, unseren Sub endlich mal, ja, da ranzugehen und Sub-Bücher zu lesen und am besten natürlich Sub-Bücher zu finden, die uns alle drei ansprechen und haben daraus natürlich den Lese-Club dann gegründet, um dann eben zu sagen, ja, Mensch, vielleicht gibt es noch andere, die den auf dem Sub haben, wer will noch mitlesen? Und das ja wirklich auch so in dieser großen Gemeinschaft jetzt einfach, ja, schon ein paar Mal gemacht haben und ja, dass auch einfach Spaß macht, sich auszutauschen. Und dann ist so die große Frage, ist denn dieses Grüppchenbildung eigentlich gut oder schlecht? Und da muss ich eigentlich sagen, dass ich das gut finde. Denn Grüppchenbildung bedeutet immer, dass sich Menschen gefunden haben, die sich mögen und die gerne Zeit miteinander verbringen, egal ob es die persönliche Zeit ist, die man bei einem Kaffee verbringt oder eben indem man sich einfach per WhatsApp austauscht, was natürlich bei den Kilometernzahlen, die manche voneinander entfernt liegen, gar nicht anders geht. Und da entstehen dann natürlich unter Grüppchen, die zu Beginn vielleicht zum Beispiel eine Wichtelgruppe waren, entstehen dann eben auch Freundschaften. Und das ist der große Punkt, worauf ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus möchte, dass eben nicht jede vermeintliche Booktube-Gruppe, die dann auch noch angeblich andere ausgrenzt und andere nicht reinlässt, eben gar keine Booktube-Gruppe ist. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich in diesem Freundeskreis aufgenommen wurde und ein Teil dieser Freundschaft bin. Und es gibt ein wunderbares Gruppenbild, leider noch nicht, wo wir uns alle in die Arme schließen, aber im Grunde virtuellen. Das blende ich einfach mal ganz kurz ein. Und wir sind eben keine Booktube-Gruppe. Wir sind alles, zufälligerweise Booktuber, die sich auch durch Booktube kennengelernt haben. Wir sind aber einfach im wahren Leben nun Freunde. Und wir reden über alles, was uns irgendwie betrifft. Ganz egal, in welche Form, ob es die Arbeit ist, andere Hobbys sind, ob es Freunde sind, ob es DVDs sind, die wir geguckt haben, Filme. Wir haben uns über Game of Thrones ausgetauscht und natürlich auch Bücher. Aber wir sind mittlerweile so weit weg von einer Booktube-Gruppe, wie es eigentlich gar nicht anders sein kann, weil wir einfach, ja, Schwestern im Herzen sind und uns einfach unglaublich mögen, uns unglaublich sympathisch finden und so viel austauschen, dass da das Thema Buch eigentlich fast schon nur noch nebensächlich ist. Und wir danken einfach diesem Booktube, dass es uns das gegeben hat, was wir gesucht haben. Und das ist eben so dieses Gefühl, man ist ja auf Booktube, um sich auszutauschen über Bücher. Ganz egal, ob man jetzt tatsächlich aktiv wird und ein Booktube-Video dreht oder eben als Zuschauer auf die Suche geht, nach Leuten, die man sympathisch findet, unter denen Kommentare man dann auch unter den Videos da lässt. Und wenn man, ja, als Booktuber natürlich noch Kommentare da lässt, dann wird natürlich auch ein Kontakt daraus. Und man darf einfach nicht vergessen, und das ist das, was mir wiederum so negativ aufgestoßen hat, sowohl im Chat wie auch beim Hangout, dass Freundschaft einfach Zeit kostet. Es ist nicht einfach so, dass wir da Mädels sind und wir schreiben uns dreimal in der Woche und wie geht's dir, mir geht's gut, danke, sondern wir investieren in diese Freundschaft, damit aus diesem kleinen Pflänzchen eben eine wunderbare Blume wird, die blüht und von der wir alle etwas haben. Und mich regt tatsächlich dieser ganze Neid, diese ganze Missgunst, die es darum herum gibt, dermaßen auf, dass ich mir wirklich in den letzten Tagen Gedanken gemacht habe, was denn eigentlich der Grund ist, warum sich darüber aufgeregt wird. Und es gab dann noch einen weiteren Hangout, den ich nicht persönlich gesehen habe, wo mir aber von zweiten und dritten Menschen erzählt wurde, die gar nicht innerhalb unserer Gruppe sozusagen sind, unseres Freundeskreises sind, dass sie gesagt haben, hey, ich glaube, in diesem Hangout, in diesem Video ging's um euch, ich habe mir das angesehen, ich fand die Bemerkung so schlimm und habe abgeschalten. Und ja, das wird an einen herangetragen und man fragt sich, was ist da nur los? Und es kommt eben auch ganz oft von Menschen, die, ja, sich scheinbar nirgendwo zugehörig fühlen, warum auch immer, man sich aber einfach denken kann, woran es liegt. Es gibt sehr interessante Beispiele, dass zum Beispiel Leute sagen, hey, warum wird bei mir so wenig kommentiert? Und man dann irgendwie ins Gespräch kommt und dann sagt, und wem guckst du denn auf Booktube aktiv? Ja, ich gucke eigentlich niemanden und ich kommentiere auch niemanden. Und dann denke ich mir, warum erwartest du dann, dass andere Leute dich gucken und bei dir kommentieren? So funktioniert das Spiel eben einfach nicht. Es ist, eine Community aufzubauen und eine Freundschaft zu haben, das ist immer Arbeit. Man muss, und das ist wirklich ein Muss, wenn man Kontaktaustausch und Regenaustausch möchte, muss man eben zu einem anderen Booktuber auch hingehen und mal kommentieren. Man muss die Videos gucken, man muss sich über die Videos austauschen und nur dann kann etwas zurückgeben. Und dass wir in unserem Freundeskreis absolut niemanden aufnehmen und hier wirklich sagen, oh Gott, das geht nicht, wir wollen niemanden Neues und wir regen auch keinen Kontakt zu anderen. Das ist einfach ein absoluter Widerspruch. Es gibt genügend Beispiele, wo ich sage, da gibt es genauso tolle Gespräche mit anderen. Also es ist nicht nur so, wie wenn unsere vermeintliche Gruppe, die hier wahrscheinlich aus irgendeinem Grund, den ich persönlich nicht verstehe, Anstoß findet, dass wir hier als einziges untereinander klicken und kommentieren und keinem sonst mehr. Das ist einfach nicht so. Wir sind auch bei anderen Leuten aktiv und das beweisen andere Kommentare bei anderen Booktubern. Es beweist, mit wem man sonst noch über WhatsApp Kontakt hat, wen man auch mal live trifft. Das müssen auch gar keine Booktuber sein. Es gibt auch Zuschauer, mit denen ich persönlich im regen Kontakt stehe und einfach sage, hey, ihr wohnt nicht weit weg, lasst uns mal irgendwas zusammen machen. Oder wenn dann eben die bayerischen Booktuber treffen sind, hey, wie können wir im Zug zusammen irgendwie hinfahren, damit keiner allein unterwegs ist. Und das ist einfach was, was mich tierisch tatsächlich nach diesem Hangout aufgeregt hat und dann eben auch einfach Thema in meinem Kopf war, obwohl ich Urlaub habe und mich nicht aufregen wollte und jetzt einfach dachte, es muss jetzt einfach mal raus. Dieser ganze Neid und diese ganze Missgunst geht mir persönlich wirklich tierisch auf den Keks und dass eben Leute denken, sie bekommen eine Freundschaft, eine Community ohne irgendwas zu machen, ohne bei jemand anderem mal zu kommentieren. Und wenn es dann heißt, ja, neue Booktuber, die guckt ihr gar nicht, die bekommt ihr gar nicht mit. Hey Leute, auch ich habe irgendwie noch ein Leben außerhalb von Booktube und kann nicht jeden Booktuber entdecken und jedes Video mir angucken. Das schaffe ich selbst bei den Leuten nicht, die ich gerne habe. Auch da muss ich natürlich Abstriche machen, im Video schauen, weil der Tag hat leider nur 24 Stunden und es wird jeden von uns so gehen, der arbeitet oder studiert oder dann eben, ja, vielleicht Mutter ist und sich auch einfach mal, wenn man, wenn man sich um seinen Haushalt kümmern muss, es kommt alles dazu. Man hat eben doppelt, dreifach Belastungen und da kann man leider nicht 24 Stunden YouTube schauen. Das ist tatsächlich so. Aber wenn jemand neu ist und das ist vielleicht ein Tipp an alle neuen Booktuber, dann kommentiert bei denen, wo ihr euch Kontakt wünscht. Denn nur durch Kontakt, durch Kommentare merkt man auch, oh, da ist jemand und dann kommt man ins Gespräch und dann kommt der Austausch. Und wenn bei mir jemand kommentiert, dann gehe ich auch mal auf diesen Kanal. Vielleicht nicht gleich in der nächsten Stunde, aber und ich weiß, dass das ganz viele so machen und gerade die alteingesessenen tatsächlich, glaube ich, viel so handhaben. Und dann guckt man sich eben einfach um und wenn einem dann der oder die wieder sympathisch ist, dann lässt man ein Abo da und kommentiert. Und so kommen immer neue Kontakte zusammen. Und es gibt so viele positive Beispiele, dass dann eben auch neue und frische Booktuber bei mir Erwähnung in den letzten Wochen gefunden haben, dass ich sage, dass das passt einfach nicht und warum immer nur alles negativ sein muss und negativ besprochen wird und nie auch mal was Positives erzählt wird. Was dann ja wiederum die Konsequenz hat, zum Beispiel gab es ein Video vom lieben Phil. Der hat mit Carina, das beides, relativ neue Booktuber. Die haben beinahe eine ganz coole Idee von Booktube Live in die Welt gesetzt und da hat es von den alteingesessenen Booktubern tatsächlich Kritik. Weil irgendwas vielleicht an der Formulierung nicht richtig war bei Phil oder weil sie es einfach falsch verstehen wollten oder weil es vielleicht auch nicht ihre Idee war. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Leute, jetzt haben wir hier junge, frische Booktuber mit einer genialen Idee, die ich wirklich klasse finde und denke mir, genau, jetzt machen wir die auch wieder schlecht. Und das ist so, wo ich dann auch dachte, ich verlinke euch die tolle Aktion einfach mal auch in die Infobox, wo ich mir einfach dachte, ich verstehe nicht, woher dieser ganze Neid kommt und warum Leute, die eine Community wollen, nicht einfach was dafür tun. Weil gerade die, die am lautesten schreien, da kann ich sagen, da gab es vielleicht ein, zwei Kommentare bei mir oder auch bei den anderen und man fragt sich, ja, und du erwartest jetzt, dass ich zu dir komme und, ähm, nee, so funktioniert das Spiel nicht. Es ist eben ein Geben und ein Nehmen und auch wenn ich möchte, dass sich eine Freundschaft aufbaut, dann muss ich natürlich auch was dafür tun. Natürlich merke ich ja dann relativ schnell, ob der andere genauso tickt wie ich und das sich genauso wünscht oder nicht. Und, na, das spürt man doch. Also zumindest ab einem gewissen Alter vielleicht. Aber, ah, einfach nur schrecklich. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen und ich verstehe nicht, woher wirklich diese, diese, ja, teilweise Bösartigkeit kommt, die es in letzter Zeit gibt. Denn es gibt genügend andere Booktube-Gruppen, YouTube-Gruppen, wo ich nie mitbekommen habe, dass da negativ drüber gesprochen wird. Und über die Regionalen regt sich ja auch niemand auf, warum denn die Bayern nicht mit die Hesse oder mit die Baden-Württemberger oder den Sachsen und den Thüringern, warum es da keine Mischung oder so gibt. Auf die Idee kommt doch eigentlich niemand. Und, ha, ich habe mir jetzt Luft gemacht und ich habe das Thema wirklich in den letzten Tagen sehr viele Gedanken gekostet und auch Austausch mit Freunden und Austausch auch mit den unterschiedlichsten Booktubern, die dann eben auch auf mich zugekommen sind bei diesem Thema und man sich da einfach ausgetauscht hat, woher kommt das? Und vielleicht habt ihr eine Antwort. Also, ich denke mal, als Zuschauer bekommt man es vielleicht nicht so mit, das könnt ihr mir gerne schreiben. Gerade die Zuschauer, die auch aktiver bei mir vielleicht kommentieren, könnt gerne mal was dazu sagen, ob euch das irgendwie auffällt, ob euch das negativ auffällt oder ob ihr einfach spürt, oh, da gibt es zwei, drei, fünf, sechs, zehn Booktuber, die erwähnen sich gerne. Ich mag die auch alle angucken und ich finde schön, dass da irgendwie eine Community entsteht und man das als Zuschauer spürt. Schreibt das gerne mal. Und an alle anderen Booktuber kann ich nur sagen, ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dalassen. Wer mir hier aber mit Neid oder Missgunst kommt, der kann einfach bleiben, wo er ist. Von dem will ich kein Abo, von dem will ich keinen Daumen hoch. Von mir aus auch 10.000 Daumen runter, das ist mir vollkommen egal und ich will auch niemanden auf meinem Kanal sehen. Ich mag nicht in meinem Privatleben diesen Neid und dieses Ellbogen raus und diesen Kampf, weil das hat man, denke ich, im Leben genug und hier soll es einfach Spaß machen. Und das war jetzt ein sehr untypisches Video von mir. Ich bin eigentlich kein Mensch, der sich über, ich würde es jetzt fast eine Lepalie nennt, aufregt, aber mich hat das wirklich mit diesen, ja, auch was dann so drumrum einfach noch gekommen ist, dass andere Leute gespürt haben, hey, ich glaube, die reden da über euch oder über dich. Und wo ich so dachte, das gibt es doch nicht. Also haben die Leute alle zu viel Zeit. Und wie ich mir das angeguckt habe, habe ich wirklich gedacht, okay, wo ist das Problem? Also ich kann es einfach nicht begreifen und ich will es wahrscheinlich auch gar nicht begreifen. Ich will nur einfach sagen, wir sind hier alles erwachsene Menschen, mehr oder weniger, und so sollten wir uns auch einfach verhalten. Und wir sind hier nicht in der Politik, wo es um Machtspielchen geht und wir sind auch nicht bei Game of Thrones, wo es um den eisernen Thronen gibt, sondern wir sollten hier Spaß haben, gute Laune haben und wir sollten tolle Bücher vorstellen oder auch Flops vorstellen, aber das einfach mit dem gewissen Funken an Freude und an Spaß, wie jeder eben selbst so tickt. Und ja, jetzt habe ich mir von der Seele geredet, jetzt ist es wahrscheinlich aus dem Kopf raus und mir geht es auch wieder gut. Und ich hoffe, das Mekka-Video hat euch nicht zu sehr runtergezogen, aber ich habe das tatsächlich einfach mal gebraucht und ich habe lange mit mir gerungen, drei, vier Tage, ob ich es tatsächlich drehe und hochlade und mh. Aber ich glaube, es muss auch einfach mal gesagt werden, weil ja, sonst platze ich einfach. So, so ist es. Und nun würde mich natürlich die Meinung gerne interessieren. Ab in die Kommentare damit und ich danke euch, dass ihr meinem Gejammer zugehört habt, meinem Gemotze gegebenenfalls, wenn ihr es so bezeichnen möchtet. Und ja, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi. Tschüss. 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 Tschüss.